So, ich hab ihn, ich hab ihn, ich fahr drauf, ich fahr drauf, ich fahr. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich. Schönes Ding, der geht nicht rein, der prallt ab und ich... Was? Der ist nicht mal zerstört worden von mir. So unfair. Jeder snackt mir jeden Boost, aber... Oh, ich hab einen weggerammt. Ja, ich hab ihn mit hochgemacht und der geht nicht rein, aber schade. Nein, oah. Ja. Danke. Bitte. Oh nein, du bist zurückgefahren. Jetzt. Ich fahr gar nicht. Gerade fährt hier irgendwas, aber nicht ich. Ach so. Oh, ich werd hier weggera... Der hat ihn. Ich werd verrückt. Ich hab auch nichts gesehen. Okay. Oh nein. Ich weiß nicht, ob er kommt. Oh Gott. Oh Gott. Hier, Benny. Oh. Hahaha. Oh. Hahaha. aber angetäuscht schön ich glaube ich sollte zurückfahren nein ich schieße an oder prallt um ab zurück aber noch 00 ist ja ganz okay da wirst du geschobst machst du nichts hat ihn ja ich habe ihn gehabt sieht man schon so lustig aus wenn die einfach nur denn dann fallen die runter und plötzlich geht litschen die wieder nach oben weil die ganz freundlich nicht gut zu prädikten sieht auch scheußlich aus er so nach magic jetzt magic jetzt sind wir den 100 teiler booster wieder klar jetzt verkackt ja und das bennys schade schuldigung double aber das wäre fast gut geworden würde ich mal sagen knapp hast du rein lenken wollen da der andere wollte mich zerstören das war nix schütter bin ich nicht aber ein zerstört bei den oder ich wurde da richtig scheiße angestellt und da geht aber dann gehe ich auch schön ich habe auch verfehlt schießt du ihn schade aber nicht dann zurück ich sehe gar nichts das war auch immer so ein pecher und sich gegenseitig anfahren musste da hat man halt immer so ein pech und man stößt dann doch noch zusammen so als team euch hat weggerahmt sind schon sind schon scheiße die sind schon so giftig da kriegt ein auf so was wenn man da weg geschubst wird aber ja so ist das eben aber die merken halt das ist so die letzte weg überhaupt noch was hinzukriegen naja wort habe ich die nicht gekriegt wenn ihr vorstetor hier der hat mir den bus gesnackt und schrott bin ich ja das ist es was sie machen das ist drehen so zwei ja ich habe ich dachte ich dachte du wärst grad weg oder konzentrieren 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 sowie tapetizieren ja tapetizieren h als pärchen ich habe ihn der ist für dich und benni schießen ich habe geblockt ja ich bin extra hinterher gefahren habe ihn ja schön hast du, pass auf der andere kommt, der ist schon da nein schön, benni oh nein ich war noch mit dran oh, habe ihn noch abgelegt oh, hallo ah okay nein ich weiß nicht wo die sind, die glitchen gerade alle nein, schade, der ball lag ein bisschen vom tor rum ich mach nochmal okay, nicht, ich werde zerstört ich wusste es, ich wusste, dass er zerstört hat er den noch mal ein bisschen abgefest, schade aber war schon ganz gut bis dahin aber einen machen wir noch, wa? ja wenn ein noch muss, dann ist aber auch gut was sagst du, Benni? ich sag, wenn ein noch muss, dann ist aber auch gut dann ist aber auch gut ein noch dann ist das Schluss ja oh, den hätte ich gerade eben auch noch vielleicht selber rein haben können aber ja, der war schwierig ich habe auf dich gehofft aber dann ist der Ping halt wieder da ja, das Problem ist, ich habe die da nur schon wieder rumglitschen sehen dann habe ich mir da dann brauche ich da nicht oh, du hättest fahren müssen oh, fuck oh, hatte ich den oder du? ich hatte den okay die snacken mir jeden Boost oh ne, doch nicht, nicht jeden hier ist der Eggboost wieder hab einen scheiße dann war ich gerade auf hunderte aus und dann nein ja, Benni schudem weg ach, Mist den habe ich nicht ordentlich erwischt mach nix was ist das? ich bin weggerahmt hier Benni kommen sie dran ja oh, jetzt prall doch noch so dumm ab ich muss mich verkriegen ach, gerade noch gekriegt kannst du pass auf, er springt hoch ah Benni ja oh, passt schon oh, ich werde hier weggerahmt er stockt mit dem Boost das war klar jetzt will er mich wegschubsen oh, Mann, ey sind das denn nur noch solche nervigen Leute die nicht mal normal spielen die spielen ja immer nur die spielen alle nur so oh, fuck die spielen alle nur auf zerstören und so, weil immer oh, ich wollte dich nicht austricksen hast du aber habe ich direkt gemerkt oh, Tor ist frei oh, da wusste ich nicht, dass du kommst sorry alles gut da habe ich dich gesehen oh, Gott haben wir noch geblockt Spenny oh, nein schade da war er wieder so schnell angeflogen ja, schnell, naja, okay also, geglitcht nein, geglitcht der war noch da hinten und dann plötzlich war er bei mir ach, so ist auch immer scheiße, ne no geh rein oh, nee kein Schmack ist hintergesetzt oh, er verlängert oh, ich bin schick oh, ich bin gerammt ja, der war aber gut eigentlich der war gar nicht so schlecht schade der ist da unten schade schade, schade jetzt habe ich wieder ein 200er Ping oh, ja das sieht nicht gut aus egal oh, da bin ich dran gekommen oh, Mann kriegen wir eins nochmal noch rein ich kriege heute hier gar nichts mit wo die gerade sind das ist so das ist so bitter nützt nix ist letzte Runde wir gucken mal, dass wir das mal hink wenn wir nochmal zu Hause bist du so oh, jetzt den Boost wollte ich nicht haben oh, jetzt komme ich da schon wieder nicht dran fährt nicht mehr was mache ich denn hier wenigstens eins jawohl wenigstens eins davon machen wir jetzt noch zwei ja, I hope so I hope so mir stand der bei jetzt zwei Sekunden in der Luft und dann kamst du erst an zwei der Stern da einfach auf der Stelle das ist heftig oh, nee oh ja, aber du kannst das nicht auf den Ping schieben nee, ich kann das gerade nicht auf den Ping schieben ich dachte, der andere schießt nee, dann hat er den nicht dann habe ich ja den einen noch nicht gesehen der jetzt geschossen hat und dann wollte ich gerade umgehen und dann sage ich ihn also, naja kannst du machen nix ey, dass wir immer schneller bei den Scheiß Boostinger dann schon wieder sein müssen oh, jetzt treffe ich die Pille nicht mal richtig oh, was hat das denn? oh oh was ist das, Alter? ich komme da nicht dran das ist der Glitch hier hin und her dann willst du da hinspringen, weil du denkst, er ist da und dann ist er da gar nicht mehr ja, guck dir mich an, ey ich weiß selber nicht, was ich hier tue oha aber so ist es halt, ne? oh, nö nein oh, da wäre doch noch einer der wäre ja noch ein, ja ja, schade aber ich würde sagen, die Spiele haben wir gehabt, ne? die haben wir gehabt die haben wir gehabt, Junge ob das gut ist oder nicht das sei dahingestellt, aber aber wir haben es gespielt ha, ha, ha ha, ha ha